1 Lesen Sie auch gern? Nein, das mache ich nicht so gern. Ich lese nicht viel. Vielen Dank, Frau Weber. Bitte, gern. 2 Haben Sie kurz Zeit? Ich habe zwei, drei Fragen. Ja, ich bin Niklas Jamek. Herr Jamek, was machen Sie gern? Reisen. Ich reise sehr, sehr gern. Ich höre auch gern Musik. Fotografieren Sie auch gern? Nein, ich fotografiere nicht gern. 3 Und wer sind Sie? Ich bin Julia Rossi. Frau Rossi, was machen Sie gern? Ich tanze gern. Das mache ich sehr gern. Und ich jogge auch. Ich jogge oft und sehr gern. Singen Sie auch gern? Nein, ich singe nicht. Vielen Dank. 1 Hören Sie gern Musik? Ja, sehr gern. Und Sie? 2 Gehen Sie gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Und Sie? 3 Kochen wir am Wochenende? Ja, gern. 4 Joggen wir morgen? Nein, das geht leider nicht. 5 Sprichst du Englisch? Ja, und du? 1 Was machen wir am Samstag? Wir gehen ins Kino. 2 Was machen Sie am Sonntag? Ich lese ein Buch. 3 Wann joggst du? Am Montag und am Donnerstag. 4 Kochen wir am Sonntag Spaghetti? Ja, gern. 5 Was machst du am Wochenende? Ich arbeite am Wochenende. 6 Spielst du gern Fußball? Nein, nicht so gern. 1 Gehen wir ins Café? Ja, gern. Wann? Heute. Nein, das geht leider nicht. Am Freitag? Ja, das geht. 2 Gehen wir ins Theater? Ja, gern. Wann? Am Freitag. Nein, das geht leider nicht. Ich habe am Freitag nicht frei. Und am Samstag? Ja, das geht. Gut. 3 Gehen wir am Samstag ins Schwimmbad? Ins Schwimmbad? Nein, ich schwimme nicht gern. Okay. Gehen wir ins Fußballstadion? Ja, super. Wann denn? Wann ist das Spiel? Am Sonntag. Ja, das geht. Das ist super. A 27 B 39 C 42 D 51 E 63 F 76 G G G 85 H H 94 984 8349 75 753 753 304 304 611 52 351 611 302 904 302 204 204 204 1004 254 155 124 205 255 So, dann brauche ich noch Ihre Daten. Wie heißen Sie? Mein Name ist Elias Maurer. Wie bitte? Wie ist Ihr Vorname? Elias. Elias. Und der Nachname ist Maurer, richtig? Ja, das stimmt. Elias Maurer. Und wie ist Ihre Adresse, Herr Maurer? Parkstraße 7 in 80734 München. Ich wiederhole. Parkstraße 7. Ja, richtig. In München. 80734. Ja, genau. Haben Sie eine E-Mail-Adresse, Herr Maurer? Ja, Elias.Maurer at gmx.de. Ich wiederhole nochmal. Elias.Maurer at gmx.de. Ja. So, jetzt brauche ich noch Ihre Telefon- oder Handynummer, bitte. Das ist die 0175 98 74 74 22 43. Also 0175 98 74 22 43. Ja, genau. Sie bekommen dann von mir eine E-Mail, Herr Maurer. Was machen Sie, Frau Schulz? Ich bin Taxifahrerin in Köln. Ich fahre an fünf Tagen, von Dienstag bis Samstag. Nachts fahre ich nicht, ich fahre nur am Tag. Wann haben Sie frei, Frau Schulz? Sonntag und Montag habe ich frei. Da arbeite ich nicht. Vielen Dank, Frau Schulz. Was sind Sie von Beruf, Herr Atan? Ich bin Arzt. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem großen Krankenhaus in Berlin, in der Charité. Ich arbeite auch am Wochenende. Und wann haben Sie frei? Montag und Dienstag. Da arbeite ich nicht. Da habe ich frei. Vielen Dank, Herr Atan.